Oh nein, die Borg! Wir müssen sie abwehren. Willkommen zurück zu Star Trek Armada. Wir werden direkt am Anfang der Mission angegriffen. So mögen wir das am liebsten. Aber die waren jetzt erstmal noch nicht so ein Problem. Damit wollte uns das Spiel nur schon mal zeigen, ja, so wird das jetzt laufen während der nächsten Spielminuten und Stunden. Naja, wahrscheinlich nur Minuten. Wir haben dummerweise genau zehn Raumschiffe, also leider zwei zu viel, um sie alle in einer Flotte zu haben. Aber wahrscheinlich ist das exakt austariert für diese Mission. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das jetzt hier laufen wird. Dafür ist es doch zu lange her, ob wir zu... Okay. Ob wir nochmal irgendwo neue Schiffe bekommen, weiß ich natürlich nicht. Äh, unsere Kommandantin sagt, wir sollen bitte gerne hier rechts die Mining-Fazilität zerstören und dadurch die Borg weglocken. Mal gucken, ob das was... was bringt. Ob das eine gute Idee ist. Ich werde jetzt mal bei der Mission, weil das so eine typische Mission ist, wo man seine Fehler nicht gut ausbessern kann, werde ich jetzt mal, äh... Habe ich das jetzt gespeichert? Ja, hier. Komisch, warum hat er das jetzt überschrieben? Habe ich es ausversichtlich angeklickt? War mir gar nicht bewusst. Egal. Ähm, das ist so eine Mission, wo man seine Fehler nicht wieder ausbügeln kann, durch kurz warten und noch ein bisschen Ressourcen sammeln und so. Deswegen speichere ich da jetzt mal öfter vielleicht. So. Das sind aber Klingonen, das sind ja gar keine Borg. Aber stimmt, das hatten sie, hatten sie ja gesagt, dass es, äh... Oh, nee. Was ist denn das jetzt hier für ein Kacker? Jetzt hört doch mal auf, den... Was? Wieso schießen denn eigentlich alle auf irgendwas? Hört auf! Ich hab euch angeklickt und gesagt, ihr sollt hier auf die Bird of Grace schießen. Trotzdem schießen sie da oben nachher. Jetzt haben wir schon ein Schiff verloren. Kommt jetzt hin los. Ich hätte doch Rob nicht sein müssen. Ah ja. DKI, ey. DKI. Keine Intelligenz. Am I right? So, jetzt hauen wir hier unten ab. Verkrümmelt euch, verkrümmelt euch. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt einen Bogen fliegen sollen, um die... ...hoffentlich anrückenden Klingonen. Ja genau, wir fliehen vor dem Borg, die kommen von hinten und von vorne kommen die Klingonen. Oder beziehungsweise im Weg sind Klingonen. Irgendwie so war doch die Situation. Unangenehm, möchte ich sagen. Gut, gut, dann gucken wir doch mal, was jetzt hier los ist. Ob das funktioniert hat, unsere coole Strategie. Äh, speichern. Speichern, speichern, speichern. Hier. Ja, überschreiben. Danke. Weiter. Hallo. Fliegt mal bitte dahin, wo ich das haben möchte. Wobei, das ist ja hier nicht unbedingt notwendig. Die Flotte ist ja wahrscheinlich abgehauen. Wieso? Kommt doch bitte. Ich hab hier hinten hingeklickt. Krieg da bitte auch lang. Hm. Ah. Ich struggle ein bisschen mit der Wegfindung der... ...der KI. Die müssen wir doch jetzt an sich gar nicht zerstören, oder? Lass uns mal weiterfliegen hier nach Westen. Das ist die Frage, ob hier unten noch irgendwas ist. Okay. Sind hier irgendwo Borg? Ich höre Borg. Ich mag das nicht, dass ich Borg höre. Was macht denn das Containment, äh, Raumschiff da? Begattet das gerade die Vortragsstation, oder was ist da die Idee? Sieht irgendwie unanständig aus. So, runter jetzt, oder? Ich fliege mal kurz mit den zwei Schiffen hier hoch. Und mit denen, mit der restlichen Flotte hier runter. Oh, da kommen schon die Borg. Bleibt mal alle zusammen. Ja, gut. Ein kleiner... Äh, ein kleiner... ...kleines Borg-Rechteck. Keine Ahnung. Wie heißen die Dinger? Ah, eine Borg-X-Box. Nein! War jetzt auch nicht so schlimm. Okay, da oben geht's nicht weiter. Dann fliegen wir jetzt nach Südens. In den Weltraum Süden. Bekanntlich gibt es ja im Weltraum all diese Dinge auch. Himmelsrichtungen und so. Okay, also da unten sind klingonische Werften. Die sollten wir dann vielleicht auch mal angreifen. Sammelt euch erstmal hier, bitte. Ja, mit den drei Warbirds, das ist schon eine ganz gute Ausstattung von so einer Flotte. Da kann eigentlich gar nicht so viel passieren. Es sei denn, es kommen jetzt fünf Borg-Kuppen oder so. Ich sag mal, gegen fünf Borg-Kuppen möchtest du, egal in welcher Konstellation, nicht antreten. Und jetzt kann man in Ruhe die Werftung zerstören. Bevor die hier irgendwie neue Raumschiffe bauen. Ich meine, das haben sie schon gemacht, aber... Schnappt euch den kleinen Pisser. Der kann doch nix. So. Zurück. So cool, wie dieses Containment-Raumschiff dann immer so ganz nah ranfliegt. Und mal guckt, mal schnüffelt. Was ist denn da? Was ist denn da? Ist das eine Raumstation? So, jetzt können wir die Schilder mal wieder ein bisschen aufladen. Was wir eigentlich machen könnten, ist ja uns tarnen, oder? Das hab ich noch gar nicht gemacht. Wir sind ja Romulaner. Man könnte eigentlich getarnt rumfliegen. Warte mal, ich probier das jetzt mal. Äh, Green Alert. Yellow Alert, was war das nochmal? Proceed with orders, unless the enemy engages first. Das ist doch genau das, was wir brauchen. So. Dann greifen meine Schiffe nämlich niemanden an, außer die... ...feindlichen... ... außerfeindliche Schiffe kommen irgendwie in den Weg. Oh, das Problem ist, wir haben aber Raumschiffe, die nicht getarnt sind. Äh, deswegen geht das nicht. Okay. Dann lassen wir das. Ja, dann machen wir auch wieder roten Alarm. Ich dachte, alle Raumschiffe von mir können sich tarnen, aber das Containment-Schiff kann das gar nicht. Ich finde übrigens total nett, dass die Borg diese immer gleiche Anrufbeantworter-Aufzeichnung haben, die man, ähm, die man dann schon kennt. Keine Überraschung mit den Borg. Das ist doch total nett. Ihre technischen und biologischen Eigenarten werden im Interim hinzugefügt. Warum erklären sie das überhaupt? Warum erklären sie überhaupt irgendwas? Die Borg sind eigentlich doch... Also, kommen mir wie, äh, Leute vor. Leute, im weiteren Sinne. Die einfach machen und nicht reden. Warum tunken sie andere Raumschiffe an und sagen, ja, sie werden jetzt assimiliert? Macht doch einfach. Die anderen können sich doch im Normalfall sowieso nicht wehren. Aber was erwartet ihr denn? Also, ist das... Ist das schon komisches Geräusch? Äh. Äh. Ja, und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht so genau. Wie, wie umgeben wir denn diese Falle? Wenn das eine Falle ist. Also, in jedem Fall speichern wir erstmal. So. Okay. Ähm. Hm. Gut. Reinfliegen und gucken, oder? Ab ins schwarze Loch. Das kommt davon, wenn man sich direkt neben ein schwarzes Loch stellt. Oh nein, noch mehr Xboxen. Gut, wie alle im schwarze Loch gesaugt werden. Ähm. Was ist das jetzt wieder für ein extrem nerviges Geräusch? Menü. Geräusch weg. Ah. Dankeschön. Gott, das nervt immer, wenn sich der Sound so fest hakt. Nein, aber was die Borg angeht, wisst ihr, was ich meine? So, gibt es eigentlich irgendeinen Grund, warum sie immer ankündigen, was sie jetzt machen? Also, dass sie jetzt das Raumschiff assimilieren? Warum machen sie diese Funkdurchsagen? Ist das Freundlichkeit? Höflichkeit? So, ja, sie werden jetzt assimiliert, nur so zur Info. So wie, wenn der, äh, wenn der Lokführer im Zug sagt, so, ja, der nächste Ausstieg ist jetzt gleich hier. Wir halten jetzt gleich. Das merke ich ja dann auch. Also, wenn der Zug langsamer wird und der Bahnhof sich nähert und so. Ist das halt einfach Höflichkeit? Ist das einfach organisatorisch, sozusagen? Warum machen die Borg das? Gibt es da irgendwelche internen Regeln, wie man so eine Assimilation durchzuführen hat? Ja gut, aber wie machen wir das? Sollen wir da jetzt mal ausprobieren und einfach mal reinfliegen in so ein Wurmloch? Oder wie, wie können wir die testen, wo die hinfliegen? Ach, dieses blöde Containment-Schiff ist halt saulangsam. Okay. Dann gucken wir doch mal, wo das Wurmloch uns hin verschlägt. Da hinten hin, okay. Ist das jetzt cool oder ist das mehr so blöd? Hier komme ich doch jetzt nicht raus, oder? Komme ich hier raus? Na gut, komm, wir fliegen da jetzt rein. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist gleich das nächste Wurmloch. Warum fliegt denn der da durch? Warum? Warum fliegst du durch den Todesnebel? Ach Gott, ey. Die Raumschiffe in diesem Spiel. Hä? Jetzt sind sie hier angekommen, okay. Na, das finde ich ja fast noch besser. So. Was ist jetzt mit dem? Wieso fliegst du da nicht rein? Flieg doch da auch rein. Okay. Der ist jetzt wieder ganz woanders. Das mit den Fluktuationen nervt aber schon ein bisschen. Dass man nicht weiß, wo man rauskommt. Jetzt ist er da oben rausgekommen. Scheiße. Ey, jetzt hör auf, auf Sachen zu schießen. Ey, ich kriege dieses eine Raumschiff. Das ist echt das dümmste Raumschiff aller Zeiten. Was ist denn mit dem? Jetzt fliegst du halt mal durch das Wurmloch hier. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ah, jetzt kommen hier Gegner. Nein. Jetzt flieg doch einfach durch den gelben Nebel durch. Der tut doch nichts. Der ist doch nur wirklich nicht schlimm, der Nebel. So. Rein da. Wo kommen wir jetzt raus? Bestimmt wieder ganz woanders. Oh, wieder da oben. Ey, ich krieg den einen hier nicht mehr. Den krieg ich nicht mehr. Zurück. Shit. Ja, okay. Wir sind zumindest wieder mal woanders. Können wir da jetzt nochmal reinfliegen und vielleicht an einer sinnvollen Stelle rauskommen? Wo ist der denn jetzt? Hä? Ist der jetzt aus demselben Ding wieder rausgekommen, wo er reingeflogen ist? Das ist doch total albern. Mann, jetzt mach halt, was ich dir sage, du dummes Raumschiff. Oh, nee, ey. Jetzt dreh um. Ich glaub, Leute, wir müssen den verloren geben. Der eine hier, der macht's nicht mehr. Der kommt einfach nicht mehr mit. Ja, dann soll der halt da oben diese Station zerstören, so. Das ist ein blöder Scheiß, ey. Was für ein dummes Gerät. Was für ein dummes Gerät. Wieso schießt der denn nicht? Schießt, hast du keine Waffen oder was? Der hat gar keine Waffen, oder? Doch, der hat Waffen. Und der hat doch einen Cloak. Warum macht der das denn dann nicht? Hier, geratet in Panik. Los. Das Ding ist ja echt extrem am Bullshit. Okay. Boxfairer angreifen. So, wie kommen wir jetzt hier zum Ausgang? Ich muss doch nicht zum Ausgang kommen. Das war ja mal... Also, dieser eine Raumschiff. Was da einfach macht, was es will. Das ist ein Quatsch. So ein dummer Quatsch. So, hier sind irgendwelche Klingonen. Kein Problem. Solange es nicht mehr ist als ein so ein kleines Raumschiff. Geht das alles noch? Können wir jetzt hier bitte einfach straight durchfliegen? Das fände ich total schön. Hier ist jetzt garantiert irgendwo ein Asteroidenfeld dazwischen. Ah. Fliegt mal nicht zu weit weg. Das langsame Containment-Vessel kommt sonst nicht hinterher. So, jetzt geht die Party wieder los. Okay. Das war wahrscheinlich eine dieser ominösen Patrouillen, die wir möglichst nicht abpassen sollten. Und dann können wir ein bisschen auffüllen hier. Kann man ja auch mal die Spezialwaffen nutzen, die wir so haben. Kommt. Es ist nicht mehr weit. Bitte lass mich da jetzt einfach durchfliegen. Ja. Ja. Sieht doch gut aus. Da ist nichts mehr. Ja, und du kämpfst hier den einsamen Kampf, ne? Na komm. Wir probieren es nochmal. Was ist das eigentlich? Holoemitter. Jetzt sitzt er wieder da oben. Ach komm. Ich kann es euch echt nicht sagen, was jetzt hier die Idee ist. Also wieso man ums Verrecken nicht mehr zu diesem Wurmloch hier runterkommt. Ich weiß es einfach nicht. Ach. Kaum habe ich es gesagt. Kaum habe ich mich nochmal beschwert. Aber ich habe mich doch die letzten fünf Minuten über nichts anderes beschwert. Warum hat das Spiel mir denn da nicht zugehört? So, Containment Vessel, jetzt komm mal hier an, bitte. Damit wir mal fertig werden, bevor die Borg wiederkommen. Die kommen bestimmt mal an. Exzellente Arbeit, Selah. Meine Eskorte und ich bleiben hier, um mehr Borg zu unterhalten, die in Bezug sind. Geh Omega zu unserer secreten Basie, außerhalb des Wurmhofs. Sehr gut. Welli well. So. Spektakulärer Kampf. Ja, also wir sollen das Omega-Partikel jetzt durch ein Wurmloch schaffen und zu einer geheimen Basis der Romulaner. Mal gucken, wo wir da ankommen. Omega-Partikel hat sich sicherlich geholfen in eine Romulaner Basis, hinter dem Wurmhof. Die Federation ist aufzuhören, die Krieg und die Klingons zu tun. Ich finde es notwendig, um zu verbinden. So, ich sage es. Admiral, wir sind in den Kordnissen. Sie designieren. Admiral, holen Sie die Transwarp-Signatur. Borg-Kübe, vor dem Weg. Es geht, Centurion. Held den Borg-Vessel. Admiral? Oh, you heard me Centurion, hail the cube. We know the Collective requires the Omega Particle. We are willing to negotiate a deal for it. Negotiation is irrelevant. You will give us R010. Lower your shields and prepare to be assembled. If you assimilate us, you will never get enough. I have instructed my officers to destroy you, but I do not record within the hour. That serves no purpose. Destroy Omega and you destroy yourselves. Make no mistake. We would prefer to destroy ourselves than just hand over Omega to the Borg. State the terms. There is a large Klingon fleet in this sector. They are the remnants of the House of Duras. I want you to help me destroy them. Once that is done, Omega is yours. The terms are acceptable. Und damit ist ein Präzedenzfall geschaffen mal wieder, dass die die Borg mit sich handeln lassen tatsächlich. Das haben wir in Star Trek Voyager schon mal gesehen. Da hat ja Captain Janeway eine temporäre Allianz geschmiedet mit den Borg, um ihren Raum zu durchqueren. Aber das scheint auch Silas hier zu gelingen, mit den Borg gemeinsame Sache gegen die Klingonen zu machen. Sila mag eindeutig die Klingonen weniger als die Borg, was ein bisschen komisch ist. Aber gut. Wir werden nächstes Mal mit den Borg gemeinsam kämpfen. Das wird ein Spaß. Und das bereitet uns dann ja auch schon auf die finale vierte Kampagne vor. Die Borg-Kampagne. In der wir ja dann die Borg steuern. So können wir uns schon mal ein bisschen an sie gewöhnen. Gut Leute. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder mit der Allianz mit den Borg. Das wird ein Spaß. Tschüss. Dann sehen wir uns.